Backstage Pinkelnot beim Meet & Greet Über die Verlosung eines Radiosenders hat Niki die Karten für das Meet & Greet mit ihrer Lieblingsband gewonnen. Sie freut sich, spürt ihr Herz heftig klopfen und kann die Begegnung mit dem Sänger nach dem Konzert kaum noch erwarten. Wenn doch nur ihre prall gefüllte Blase nicht wäre. Wird der Abend in einer nassen Jeans enden? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage